Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5 hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Letzte Folge waren wir auf den Spuren von Bigfoot und wir sollten hier zu einem Point hinkommen, zu einer Höhle. Hat ja nicht ganz geklappt mit dem Klettern, aber nach der Folge habe ich es jetzt dann doch geschafft. Also wir mussten auf diesen Stein, den du da unten siehst, da musst du hoch und dann kannst du nämlich hier so zack, 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 zack und dann bis hier oben. Und hier soll jetzt eine Höhle sein? Nicht? Was ist denn das? Unter uns? Acht Meter? What? Können wir uns jetzt hier abseilen? Bitte. Ich mag nämlich nicht mehr. Aber es scheint so, als wenn wir am richtigen Platz sind. So. Gut, wir können jetzt zurück zu Danskis Hütte, aber wir wollen natürlich, ich denke es ist eine Höhle. Hat doch gesagt eine Höhle. Ich stehe vor der Höhle. Das hier ist keine Höhle. Nicht mal ansatzweise, oder? Okay, wir sollen zurück zu Danskis Hütte. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Und welche Spuren von Bigfoot gibt es hier, denke ich mal, eher nicht. Lampe? Hä? Was will er denn hier mit der Lampe? Ich verstehe es nicht. Aber gut, wir müssen auch nicht alles verstehen. Kommen wir jetzt hier locker flockig wieder zurück. Da müssen wir hin. Äh, das ginge noch. Na komm, Gironimo. Dann haben wir das nächste Prepperversteck geöffnet. Ah, da war eine ganz schöne Kraxelei hier. Wir haben ein paar Versuche gebraucht. Ähm. Nein, nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Okay. Jetzt killt uns der Elch. Wir können nicht die ganze Kacke noch einmal machen. Oh, Freunde. Was ist los hier? Ich liebe diese Bombe. Ich hoffe, dass wir das noch skillen können, dass wir ansatzweise ein bisschen mehr Munition damit mitnehmen können. Die ist nämlich schon echt cool. So, Danskis Hütte. Da können wir... Was? Da können wir jetzt rein. Wo hat denn der denn hingekackt? Gekackt, wollte ich schon sagen. Gekickt, egal. Was ist denn los hier? Beaches. Okay, dann mal rein in die gute Stube. Prepperschatz. Der Kunde hat das Versteck. Ja. Da will ich rein. Achso. Okay. Vorteilspunkt. Eigentlich noch einer. Dann voll. Voll, 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 voll. So wäre schön, aber gut. Auch voll. Blitzebogen will ich nicht. Erste Hilfe-Set nehmen wir natürlich gerne. So doller hast. Sehr schön. Aber hier ist noch so ein Heft. Und noch eins. Haben wir alles? Nein. Noch eins. Die können wir nicht aufmachen. Was? Aufschließen. Okay. Dann schließen wir auf. So. Okay. nochmal vorsichtig durch den Raum gucken. Ich war's. Prima. So. Dann. Waren wir ja ursprünglich auf dem Weg zu Cheesy. Hier unten haben wir auch noch ein paar Puppe-Verstäck. Können wir denn da irgendwie hinreisen? Binge sogar. Hm. Na komm, machen wir das. Wir hatten hier oben zwar noch eine Quest, meine ich. Aber die war da oben, ne? Ja, aber noch mehr Bergkraxle habe ich ehrlich gesagt. Kein Bock drauf. Brutzladen. Anleger. Schnellreise. Reisen. Machen wir direkt das nächste Puppe-Verstäck. Gibt uns ein paar Vorteilspunkte, die können wir gut gebrauchen. Zum Skillen und so. Obwohl ich glaube, wir brauchen mittlerweile irgendwie für jedes Talent schon neun Punkte. Jo, wo soll denn hier, da soll das nächste Puppe-Verstäck sein. Kann man Börtchen hier? Wir können uns da bestimmen. Zählen recht. Börtchen zu suchen, oder? Wofür meine ich. Wir suchen auch, aber in erster Linie. Hier ist schon mal keins. Greife gleich an. Ja, ja. Mieter. Mieter. Irgendwo konnte man doch mal Boote rufen, oder? Lasst mich in Ruhe. Aber der macht zu. Der ist hier. Jetzt geht's wundergebündet. Alter. Das haben wir nicht, die hat die Mietze erledigt. Ohne Worte. Wir kommen jetzt nicht an sie ran wahrscheinlich, oder? Komm. Ich würde gern die, da habe ich die Mietze. Das sind die Momente in jedem Spiel, die verfluche ich. Wir können nichts machen. Ah, ok. Gut. Was? Wir sind auf der Suche nach uns. Nein, 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 nein. So, Mietze ist zwar wiederbelebt, aber Mietze kann uns nicht wiederbeleben, weil Mietze festpackt unter Wasser. Mann, ey. Boah, wo kann man hier deinstallieren? Wo geht das? Bitte? Spiel? Wo kann ich deinstallieren? Es ist auch die Frage, wo hat er abge- okay, er hat hier abgespeichert. jetzt. Jetzt. Mietze ist jetzt weg, oder ist noch da? Keine Ahnung, also egal. Wir wollen ein Boot rufen. Wo ging das denn verdammt nochmal? Äh, Explorer fluchen nicht. Doch, ich fluche. Ist mein persönliches Best. Es geht los! Boothofen. Boah! Wo bist du denn nicht wo? Da! Folge dem grünen Symbol. Wo geht das denn? Programmerumbötchen. Verkauf und verkauf... Mess. Was sieht man? Bestehe nicht. Da müssen wir erst ans Kau. Was kostet denn so ein Boot? Nein, 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 nein. 1.000. 1.150, dann nehmen wir das. Sehr schön, so und wie rufen wir das jetzt? Jetzt kann man auch noch einen Skin wählen. Ne, will ich nicht. Fahren will ich. Ja. Plups. Was für eine schwere Geburt. So. Das ist laut. Das hier auf der Insel. Kleinst du, oder? Brems. Da muss ich pflücken? Ne. 52 Meter müsste da hier sein, oder so? Jetzt haben wir nicht irgendetwas unter Wasser. Okay. Er wird uns wahrscheinlich wieder ganz woanders hinschicken. Verschlossen. Schlüssel benötigt. Okay. Name des Antragstellers. Thompson, Savage und Recovery. Ort, Silver Lake, Montana. Kleine Chesna liegt unter Wasser. Okay. Aus den Trümmern wurde eine Alu-Kiste geborgen. Aber der Düssel wurde noch nicht gefunden. Wir müssen tauchen. Na gut. Blöd, dass man hier keine Anzeige hat. Wie viel Sauerstoff man noch hat, ne? Also ein bisschen Hilfestellung wäre schon nicht schlecht. Kein Schlüssel. Ja, 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 ja. Ist gut. Ist gut. Ja, wir tauchen ja schon auf. Hallo. Hallo. Ich glaube der Schlüssel ist jetzt hier. Upsa. Upsa. Ist kein Schlüssel. Okay. Wahrscheinlich können wir uns auch an den Seilen irgendwo entlang ziehen. Ne, hier muss man gar nicht hin, ne? Wo sollten wir denn jetzt hin? Oder ist doch hier unten. Nein. Sündern voll. Super. Ja, jetzt schnell. Nimm das Seil. 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 Schnell. Na. Versuchgebiet. Nein. Ah, schlechter. Was ist denn der Schlüssel? Hm. Waren wir da schon? Ja komm, wir holen erstmal Luft und dann tauchen. hast du beruhigst? ok. da ist noch was zum bluten oh god, oh god, oh god ja, kann man das sein? ne? ne, kann man nicht so, das nächste Prepperversteck haben wir leuchtet in seiner Hand so die Linke, guck mal dann schießt er auch auf mich hier, ah sie ist so so ok mal schließen da ist er, da ist er gut, können wir sonst noch was lesen? was gibt es? ach so, das hatten wir ja schon gelesen steht noch was drin? scheint nicht so Rettungsrieten so jetzt müssen wir wir wollen dorthin und hier können wir hinreisen das ist Wayne John Wayne gut, dann würde ich sagen, reise ich jetzt schon mal hier hin nächste Station, äh, nächste Station, genau Moccasin River und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann haben wir proper das ist Wayne das ist Wayne John Wayne ja, ähm, nächste Station Explorer nächste Folge, dann machen wir das Prepperversteck und dann holen wir uns endlich hoffe ich doch dann Cheesy ich danke dir fürs Zuschauen wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag schönen Abend je nachdem wann du die Folge siehst und sage tschüss bis demnächst bye bye und tschau tschau